Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Trello-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Trello ein Board ausdrucken kann. Das ist eigentlich ganz einfach und wir gehen dafür zunächst mal in Trello. Und hier ist es zunächst wichtig, dass wir in das Board gehen, das wir ausdrucken möchten. Das wäre bei mir dieses. Hier habe ich jetzt alle meine Karten und wie kann ich das Ganze jetzt ausdrucken. Dafür gehen wir oben rechts auf die drei Punkte und finden hier bereits den Menüpunkt Drucken, Exportieren und Teilen. Klicken wir diesen an, kommen wir hier zu einer Option, mit der wir das ausdrucken können. Vorab sei gesagt, das Ausdrucken in Trello ist jetzt noch nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht. Es gibt nur eine Darstellung untereinander der jeweiligen Listen und nicht nebeneinander, egal wie ich das hier ausrichte, Hoch- oder Querformat ist egal, es wird immer so aussehen. Laut Informationen von Trello soll das irgendwann auch mal überarbeitet werden, aber danach sieht es im Moment nicht aus. Das heißt, hier habe ich im Moment alle meine Listen. Im ersten Schritt kann ich jetzt erstmal festlegen, wie soll das dann ausgedruckt werden über einen Drucker oder möchte ich das zum Beispiel als PDF speichern. Dann habe ich es eben digital und kann es dann immer noch ausdrucken. Und hier ist noch ganz schön, wenn wir auf weitere Einstellungen gehen, dann kann ich hier unten auch sagen Header und Footer hinzufügen. Dann bekomme ich immer noch das aktuelle Datum und weitere Informationen, zum Beispiel wie das Board heißt und dass das eben von der Seite Trello ist. Allerdings sind das Informationen, die ich jetzt nicht so brauche. Oder hier zum Beispiel mein Hintergrundbild mitzunehmen. Ja, das sieht dann vielleicht ein bisschen schöner aus und wenn die Formatierung von den Trello-Listen so schon nicht so schön ist, dann lenkt vielleicht ein schöner Hintergrund ein bisschen ab. Aber das müsst ihr wissen, ob ihr das wollt. Wenn wir das wieder rausnehmen, dann wird es ohne Hintergrund gedruckt und wir speichern das jetzt hier mal als PDF auf dem Desktop und dann haben wir das auch schon hier abgelegt. Und auf diese Art und Weise könnt ihr das Ganze ausdrucken oder hier, wie ich zum Beispiel vorab, als PDF speichern. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert und auch wenn es nicht komplett ausgereift ist, habt ihr so zumindest die Möglichkeit, was aus Trello auszudrucken. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao! Bis dahin, euer Shavo.